Am heutigen Handelstag, da gab es nicht allzu viele Highlights, deswegen wird das heute Marktgeflüster ein bisschen grundsätzlicher. Es hat zum Titel Aktienmärkte als Casinos und damit herzlich willkommen meine Damen und Herren. Ja, es wird mir immer wieder davor aufgemacht, Mensch du bist so negativ und dabei steigen die Kurse doch ständig an den Aktienmärkten. Heute ja wieder neue Allzeithochs beim DAX, bei Dow Jones, bei Nasdaq. Wie kann denn das sein? Und ich glaube, das ist ein grundsätzliches Missverständnis, wie man meine Videos sieht. Ich verstehe mich nicht eigentlich als jemand, der irgendwie Handelsempfehlungen gibt, der zeigt, wie man in diesem Casino-Aktienmärkte, Casino-Börse möglichst erfolgreich sein kann, sondern ich möchte quasi als Chronist der Zeit zeigen, was da abläuft. Ich möchte den Mechanismus des Casinos zeigen und möchte darüber hinaus diesen Abstand zwischen Realität und Casino zeigen und damit eben auch klar machen, dass möglicherweise dieses Casino eine Illusion ist, die in sich zusammenfallen wird. Das ist genau der Punkt, bei dem es in meinen Videos geht. Und ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Unterschied, den ich vielleicht mal auf den Punkt bringen muss, weil, wie gesagt, es immer wieder einige Kommentatoren gibt, die sagen, naja, das sei doch alles so negativ. Aber fundamental ist die Situation negativ. Ich glaube, da kann man gar nicht drum herum reden. Seit der Finanzkrise wachsen die Schulden deutlich schneller als die Wirtschaft und das ist besonders in den USA der Fall, wo die Aktienmärkte auf Allzeithoch sind und Allzeithochbewertungen haben, auch in Relation zum Bruttoinlandsprodukt. Und warum sind die Aktienmärkte da, wo sie sind? Weil, und das ist vielleicht der Unterschied zwischen Casino- und Aktienmärkten oder Casino- und Finanzmärkten, weil beim Casino ist es so, da will die Bank ja möglichst, dass die Spieler verlieren, denn der Verlust der Spieler ist der Gewinn der Bank. An den Finanzmärkten ist es so, dass die Bank, also die Notenbank, eigentlich nicht will, dass die Spieler zu viel verlieren. Warum will sie das nicht? Nicht eigentlich aus Humanismus oder weil man so menschenfreundlich ist, sondern weil man weiß, dass sonst das System kollabiert, dass darauf basiert, dass dieses ständige, schneller Wachsen der Schulden gegenüber der Wirtschaft weitergehen kann. Denn sonst würde das System aus der Kurve fliegen, also muss man das Rad immer schneller drehen, also muss die Fed die Verschuldung dadurch ermöglichen, indem man die Zinsen senkt und die Finanzkonditionen so lax hält wie noch nie. Und das will ich an einigen Beispielen mal zeigen. Wir haben zum Beispiel einen Artikel heute von Dirk Schumanns, der das hervorragend auf den Punkt bringt, hier bei Finanzmarkt der Welt. Da sagte Dirk Schumanns, Trump führt gerne alle guten Wirtschaftsdaten auf den Fakt zurück, dass er Präsident ist. Kann man machen, muss man nicht machen. Jedenfalls ist es so, dass derzeit ja die Wirtschaft um 2,3 Prozent wächst. Das sind gute Werte. Weniger schön ist, dass die US-Bundesregierung jährlich mit 4,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts sich neu verschuldet. Wachstum 2,3 Prozent, Neuverschuldung 4,6 Prozent des BIPs. Mit anderen Worten, Trump macht aus 4,6 Prozent die in Form von kreditfinanzierten Ausgaben in die Wirtschaft, nur halb so viel Wirtschaftswachstum. Das bringt genau das auf den Punkt. Und das sind nur die Kredite, die die Bundesregierung nimmt. Wenn die Neuverschuldung doppelt so hoch ist wie das Wirtschaftswachstum, steigt dadurch die Verschuldung. Das ist ja ein durchaus nachvollziehbarer Zusammenhang. Aber es geht noch weiter. Während Unternehmen schon seit geraumer Zeit dazu übergehen, sich auf Kredit selbst von der Börse zu nehmen, durch Aktienrückkäufe, konsumieren die Verbraucher auf Pump. An die Rückzahlung der Kredite wird seltener gedacht. Menschen, die in den USA etwa 60 Jahre sind, haben noch über 100 Milliarden Dollar an Studentenkrediten offen. Das muss man sich mal vorstellen. Und US-Verbraucher haben ihre Verschuldung jetzt innerhalb eines Jahres um 4,4 Prozent erhöht. Insgesamt sitzen die 330 Millionen US-Amerikaner jetzt auf mehr als 14 Billionen US-Dollar Schulden, was bereits 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts entspricht. Und es geht noch weiter. Jetzt wird die Rechnung gänzlich unvorteilhaft für Trump. Trumps Regierung pfung 4,6 Prozent des BIP als Neukredit in die Wirtschaft. Die Verbraucher verschulden sich um 3 Prozent des BIPs pro Jahr immer weiter. Und aus diesen 7,6 Prozent insgesamt, die ausgegeben wurden, kam am Ende nur 2,3 Prozent Wirtschaftswachstum heraus. Und dazu kommen noch die 47 Prozent des Bruttoinlandsprodukts in den USA, die Unternehmen auf Kredit beteilten, bei denen ist der Kreditberg um 5,3 Prozent gewachsen. Und wenn wir das alles mal zusammenzählen, Unternehmen 5,3 Prozent, Bundesregierung in den USA 4,6 Prozent und Verbraucher 3 Prozent, dann kommen wir auf 9,9 Prozent Neuverschuldung des Bruttoinlandsprodukts, aber schafft damit nur 2,3 Prozent Wachstum. Das heißt, faktisch wird mit einem Dollar-Kredit lange nicht ein Dollar-Wachstum erzeugt, sondern vielleicht ein Viertel-Dollar oder 20 Cent. Und das sieht schon nicht mehr nach Best USA Economy in History aus, die Trump ja gerne für sich reklamiert. Das bringt genau das auf den Punkt, was der Fall ist. Heute auch Kommentatoren bei Finanzmarkt der Welt. Die Realwirtschaft hat ausgedient, so schreibt einer. Die Reaktionsgeschwindigkeit der Notenpressen ist noch interessant. Wer tritt am schnellsten? China, Japan, die EU oder unter Donald's Joke, die Fed. Renditen kommen ja schon länger vorwiegend aus der Fiat-Druckerpresse. Damit wird auch die schrumpfende Fassade Realwirtschaft am Leben gehalten, so könnte man sagen. Wirtschaft stellt ja auch nicht mehr vor, nämlich Waren und Güter für die Verbraucher zur Verfügung. Uninteressant, sie lebt für sich selbst ohne Output im real existierenden Monetarismus. Das könnte man vielleicht sagen. Wir haben nicht einen real existierenden Sozialismus, sondern einen real existierenden Monoterrorismus, der also praktisch durch die Notenbankpresse hier reinpumpt. Und dann habe ich noch einen Kommentar, den ich interessant finde, auch eines Users auf Finanzmarktwelt.de, der sagt, es ist klar, dass Gelddrucken auf die Dauer nicht funktioniert. Wenn es funktionieren würde, müsste niemand mehr arbeiten. Richtig. Dann könnte doch die Notenbank einfach das Geld drucken und keiner müsste mehr zur Arbeit gehen. Da kommt schon so ein bisschen am Horizont die Idee des Helikoptergeldes, dass praktisch die Notenbank den Leuten Geld schenkt. Das wäre dann wahrscheinlich die eigentliche Bankrotterklärung dieses Systems. Was mich erstaunt, dass auch gebildete Leute daran glauben. Ein bekannter Schriftsteller hat mal gesagt, schuldenfinanziertes Wachstum kann auf zwei Arten beendet werden. Man macht es selbst mit Einschränkungen und Entbehrungen oder der Markt macht es später auf brutale Weise. Und diese brutale Weise, die könnte dann kommen, wenn sozusagen die Kontrolle den Notenbank entgleitet. Und irgendwann ist das wahrscheinlich der Fall, weil das Rad sozusagen sich so schnell dreht, dass es nicht mehr irgendwie steuerbar ist, dass dieses Rad aus der Kurve fliegt. Das wäre dann der Zeitpunkt, der da wahrscheinlich zu nennen ist. Wenn dieses Casino dann implodiert, wenn diese Illusion von Wohlstand, die wir haben, indem wir eigentlich ja schrumpfen, demografische schrumpfen, die Wirtschaft deutlich weniger steigt oder deutlich weniger wächst als die Verschuldung, dann kommt irgendwann der Punkt, an dem diese Feder zu weit gespannt ist, das Seil zu stark gespannt ist und dann macht es Rums. Wann das passiert, ist die Frage. Macht es Sinn, gegen das Casino zu wetten, wenn das Casino doch eigentlich will, dass die Spieler zumindest nicht deutlich verlieren. Das kann man durchaus in Frage stellen. Aber muss man das Casino deswegen gutheißen? Muss man nicht besser eigentlich analysieren, was da abläuft und was da auf uns zukommt? Das sehe ich jedenfalls als meine Aufgabe und nicht hier Dinge zu tun, die viele andere tun, legitimerweise tun, indem sie eben zeigen, Mensch, hier kann man das machen, hier kann man das machen. Mit Longpositionen verdient man immer Geld. Ist ja alles okay. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Aber es ist eben nicht meine Aufgabe oder zumindest sehe ich nicht als meine Aufgabe. Schauen wir uns die Charts an und gucken mal, was da so los ist. Was wir hier sehen, ist der NASDAQ 100. Natürlich neues Allzeithoch heute. Wie sollte es anders sein? Ebenfalls beim S&P 500. Wenn er denn kommt, die Charts von Capital.com, 3375. Und der DAX hat es auch heute geschafft, ein neues Allzeithoch zu generieren. 13.750 Pünktchen aktuell der Deutsche Leitindex. Wir haben nach wie vor massive Dollarstärke. 1,0882 Euro Dollar war sogar schon ein paar Pips tiefer. Auch das eigentlich ein kleines Krisensymptom. Dollarstärke ist vor allem schlecht eigentlich für US-Konzerte, Multinationals, die im Ausland Geld verdienen. Wir sehen Gold unbeeindruckt. 1.568 Euro und Crude Oil trotz deutlich stärker gestiegener Lagerbestände, 51,47 Dollar. Die OPEC dreht und wendet und versucht hier eine Knappheit zu erzeugen angesichts der Krise des Coronavirus. Und da vielleicht noch ein kurzer Hinweis auf Xi Jinping, der ja versprochen hat oder respektive die Kommunistische Partei hat ja versprochen in China im Jahr 2010, dass innerhalb der nächsten zehn Jahre sich das BIP verdoppelt in China. Dieses Ziel könnte man erreichen, wenn jetzt nicht wirklich Schlimmes durch den Coronavirus passiert, der Abschwung nicht noch deutlich dramatischer ist. Deswegen riskiert er jetzt offenkundig, dass die Leute irgendwie wieder zur Arbeit kommen sollen, auch wenn dann möglicherweise die Dinge ein ungutes Ende nehmen durch weitere starke Neuinfizierungen. Also, das vielleicht als kurzer klarstellender Hinweis, warum es mir geht, warum es in diesen Videos geht. Wenn Sie das blöd finden, schlecht finden, dann gucken Sie andere Videos, davon gibt es ja genug. Aber ich glaube, so etwas, was ich versuche zu zeigen, gibt es nicht so oft, deswegen mache ich es und jetzt wünsche ich einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.